Es war einmal die fast wahre Geschichte des Snowli, dem besten Ski-Lehrer der Welt, und seinen Freunden, dem Schnee-Röckli und dem Gfröhrli. Sie waren alle in grosser Gefahr. Dann der König Frost, der Herrscher hinter dem Nordpol, hat die Rückkehr von seinem Diener Gfröhrli und den Winterfee Schnee-Röckli in seine eisige Welt verlangt. Er droht damit, alle Skilifte der Schweiz einzufrieren. Könnten Snowli und seine Freunde diesem Fluch entkommen? Oder werden diesen Winter alle Skilifte still stehen? Nur noch jemand kann jetzt helfen, den König Frost aufzuhalten, und das bist du. Breche jetzt auf ins Ski-Gebiet und helfe dem Schnee-Röckli und dem Gfröhrli gegen den mächtigen Zauber des König Frost. Damit diese Geschichte nicht zu Ende ist, bevor sie angefangen haben. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR